It's your boy Ahhhh Skinny Penis Wie fancy! Ich würd sagen die Party kann beginnen Es ist klar wohin es geht, Peine Ahn Junge, ich bin zuerst hier, Fräulein Gut, hab ich im Griff Die Boys, hab ich im Griff, pass auf, ich hol sie mir direkt Es gibt ein Zäpfchen für dich Ultrafesche Sonnenbrille, Mademoiselle Alter Was war das? Wie kann das schon da unten sein? Was mach ich falsch? Oh Gott, noch einer Bäm, 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 bäm Fuck da da da, ich dachte ich hätte Eine Granate, oh shit, oh wow Oh! Allöchen! Tja, Mademoiselle Wer zu spät kommt, der malt zuerst Oder so. Ich glaube die wurde schon von dem Anderen angeschossen, der da auch geballert hat Nimm das doch mal Weißer mal, ist meiner irgendwie gelähmt? Er nimmt die Sachen manchmal einfach nicht richtig, der Juckel Gucken wir einfach mal Kamikaze mäßig rein Na drüben, oh, 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 oh Shit, dude Ich glaub dem geht's zu gut, dem Kerl Hopp, ich brauch noch ein bisschen Zeug, bevor du mich hier anballerst Obwohl man die Pistole eigentlich echt nie braucht Ohne Leute, hopp jetzt mal im Ernst Wenn man jetzt nicht gerade nichts hat, also gehen wir davon aus, man hat schon zwei Hauptwaffen Oder zumindest eine Lieber die Pistole in die Hand und sagt sich so, Kinder Klar natürlich, wenn die Mainwaffe leer ist, ist es sinnvoll, dass man dann doch irgendwas dabei hat Was noch so reinhaut, aber sonst Ich weiß nicht, ob der jetzt einfach herkommt Oder drüben bleibt, der Grasdacke Ich finde, er hat wie jemand geschossen, der jetzt gleich herkommt Oh Gott, oh Gott, oh Gott Das hat er noch zu retten Das klang vor allem so, als hätte noch jemand geschossen Wahrscheinlich in seinen Arsch, das will ich hoffen Er schmeißt mit Flashes rum, das sind zwei, da ist noch jemand Die bekriegen sich gerade Aber nur einer hat mich im Fokus von den Zweien, glaube ich Da ist er Und der andere, guck mal Da kann man sich nicht mehr in Ruhe mit einem betteln Hallo Wie wärs mit uns zwei? Habe ich mich minimal verschätzt, glaube ich Oh nein, nicht mit den Klöten in den Baum Oh, jetzt kommen da ultra viele und ich bin hier hinten Oh, ne Pistel, alles klar, wir haben gewonnen Er rafft sie nicht, er nimmt sie nicht, er will sie einfach nicht nehmen Ihm ist es egal, wenn ich sterbe Also wenn er stirbt Die sind direkt da vorne und ich hab ne Pille Manzinn, der ist direkt da drin, mit MP und was weiß ich alles Hat 100% alles am Start, was man haben kann Und er hat mich gehört und weiß, dass ich von hier komme Der ist jetzt hinter mir Und während der Wartezeit Der Pokémon So Leute, der hat meine Glückstunde geschlagen Oh fuck Nimm doch den Scheiß Wo ist der, wo ist der Ja So Oh, 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 oh Oh mein Arsch Oh, guck mal wie er da steht Okay, what the fuck Moment, Moment, bevor jemand kommt So, wo ist der Sack von vorhin, der mit den Anus schießen wollte Da vorne sind noch zwei Ich versuche raffiniert oben lang zu kommen Fragt sich nur, wo die sind Da ist er eben gelaufen Hey, du durch Moment, wo? Ja, so kann es gerne weiterlaufen Weißt du, der hockt in dem Regal drin wahrscheinlich Okay, ich hoffe da drüben ist nichts mehr Mach so ne kurze Bootcamprunde für's sich und durch geht immer Mist, jetzt ist der direkt an meinem Häuschen Da vorne, das ist meins, das gehört mir, das ist meine Einlegerwohnung Hier schön mitten in Brunsbüttel Da ist meine Zielscheibe Und ich hab mehrere Zielscheiben Das ist für mich kompletter Standard Oh Gott, ich bin so gebumst Warum? Warum liegen hier nur Verbände? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Oh, this is you crazy mother Ja! Yeah! Hihi! Hallo Sir! Oh mein Gott! Hihi! Sind sie nicht dieser Schauspieler? Dieser ähm Wer ist da? 9-1-1, what's your emergency? Ups Also wenn ich jetzt hier als Erster da bin, dann weiß ich auch nicht Ich bin sau früh abgesch- Ich glaube ich hoc hier echt in der Scheiße, ne? Mitten im Graben Ob das ein guter Platz ist? Wahrscheinlich nicht Uh! Hallo! So! Erstmal lecker aus der Hüfte rausgejuckelt Ha! Easy! Uuh! Alter, wie hängt er denn da? Immerhin irgendwas, hier eine kaputte Weste Was soll's? Ja, so richtig ausgerüstet bin ich nicht, ne? Mit den MPs Woah! Vielen Dank fürs Zusehen meine Damen und Herren! Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen! Denkt dran, jetzt ist Livestream! Ab 18 Uhr heute ist Livestream! Ich schwimme jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr! Das war's nie! Ich bin seit 6 Jahren! Ich bin jetzt ab 20 Uhr, der ist die Militärin nicht gebe. Tja, sie schon seit 6 Uhr. Ja.